Wir sind Horst und die Dö-Dö-Dö-Band. Die haben wir hier im Sender schon sehr lange. Jetzt kommt sie endlich mal zum Einsatz. Und es hat einen guten Grund, warum wir mit der Dö-Dö-Band unterwegs sind und mit Gitarre. Wir werden jetzt einfach mal hier vor der Haustür so lange spielen, bis sie aufgeht. Seid ihr bereit, Jungs? Jo. Die Tür ist aufgegangen. Stefanie, wichtig ist, das hat noch nicht viel zu bedeuten, dass wir da sind. Ich bin bei allen heute Morgen, die sich irgendwelche Lieder gewünscht haben, um einen kurzen Bademoden-Check zu machen. Würdest du mir kurz zeigen, was du am Strand tragen würdest? Also wir müssen es nicht anziehen. So weit gehen wir nicht, aber dass ich mir das vielleicht kurz angucken kann. Oh, da hätten wir einen. Zum Beispiel ein weißen. Weißen Bikini? Sehr schön. Wie nennt man das hier? Man hat ja mit den Seilen und so hat er immer so einen Namen. Weißt du das? Ne. Ich auch nicht. Bender, das ist ein berühmter Bender-Bikini. Der ist sehr gut. Also ich finde, den könnte man tragen. Wenn du ganz schön braun bist von der Sonne, so ein weißer Bikini. Stefanie Ahrens aus Lok steht. Du hast sie, die Traumreise. Oh mein Gott. In den Robinson-Turm auf den neuen Bikinen. Oh mein Gott. Was da alles dazugehört. Zehn Übernachtungen mit Vollfunktion. Flug und Transfer für zwei. Natürlich die weißen Strände. Türkis, blaues Meer. Schöne Unterwasserwelt, wenn man den roter möchte. Ganz viel Spaß. Dankeschön. Das geht nicht glauben. Und darauf singen wir nochmal, denn das war der Song, den du dir auf Platz 1 gewünscht hast. Uptown Funk von Bruno Mars, die Duh-Duh-Duh-Band nochmal. Ja, das reicht. Applaus!